... der goldenen Stimmgabel. Sehen wir uns? Wie gesagt, sitzt er in der ersten Reihe mit mir. Freue mich schon. Gut, zweiter Platz, dass er sich so freuen konnte, wie ich mich darüber, dass ich dort in der ersten Reihe sitzen werde. Über seinen zweiten Platz, das macht diesen Sänger aus Prag mit der goldenen Stimme noch sympathischer, als er ohnehin schon ist. Erfolgsgewohnt, erfolgsverwöhnt, kann man eigentlich sagen, wie er ja ist. Sie wissen alle, wen ich meine. Karel Gott, du bist für mich wie die Sonne am Morgen. 31,5 Prozent, zweiter Platz. Ich mag die Art, wie du dich gibst. Ohne ein Wort zeigst du mir dein Gefühl. Ich mag den Blick, der sagt, dass du mich liebst. Wie du die Haare trägst und deine Hand bewegst. Ich werde niemals müde werden, dich nur anzusehen. Du hast irgendwas, das ich nur schwer beschreiben kann. Wenn ich bei dir bin, bin ich ein anderer Mann. Du hast irgendwas, das hab ich nie zuvor erfahren. Du kommst zu mir wie die Sonne am Morgen. Du kommst zu mir wie die Sonne am Morgen. Du bist wie die Musik am Sommerwein. Du hast mir gezeigt, so leicht kann Liebe sein. Du kommst zu mir wie die Sonne am Morgen. Ein Licht leider in mein Leben fällt. Nach der langen Nacht scheint in meiner Welt die Sonne am Morgen. Dann ist Gott die Sonne am Morgen.